Hallo ihr Sissen, ja, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Aufgebraucht-Video. Ich war jetzt länger nicht vor der Kamera, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und sich hier die Kartons türmen, allerdings sind es erst mal die Kartons und den ganzen Einkäufen des neuen Geschirrs. Das blaue und das braune hatte ich euch ja gezeigt, das weiß ist jetzt auch komplett da. Vier Schalen aus dem Set wollen wir aber nicht behalten, ich habe jetzt bei Ebay Kleinanzeigen reingesetzt, würde ich euch dann mal den Link reinsetzen, falls ihr die haben wollt. Nö, nein, genau, weil die von der Form dieser Schälchen, die dabei waren, nicht zu den Schälchen passen, die wir gekauft haben, außerhalb, weil wir die Variante, die andere, schöner fanden. Deswegen haben wir jetzt vier über und die müssen wieder in die Welt. Ja, aber das soll jetzt gar nicht Thema sein, wir wollen ja das Aufgebraucht-Video drehen. Ich sehe heute ein bisschen abgerockt aus, ich weiß gar nicht, warum ich so gelb aussehe. Liegt eigentlich jetzt nicht an meinem Gesicht. Normalerweise, es wird nicht besser. Naja, egal. Fangen wir einfach an oder machen einfach weiter. Kann nur schlimmer werden, offensichtlich. Gestern aufgebraucht die L'Oreal Elvital Don Erde Absolut Don Erde Maske für Haare. Ja, sah ein bisschen aus wie Zahnpasta. Hat ganz gut gerochen. Ich habe es zweimal benutzt, dann Ewigkeiten nicht mehr. Und jetzt eben gestern aufgebraucht. Braucht man nicht. Also, braucht man einfach nicht. Ich brauche es nicht. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich wieder so ein Gimmick. Und mir sind alle drauf reingefallen und habe es gekauft. Es ist keine langhaltige, einfach friege, langanhaltende oder langfristige Lösung für die Haare, weil es bringt bedingt was für den Abend, aber ich kann ja auch Trockenshampoo benutzen. So, ähm, das Garnier Pure Active Antibacterial Alkoholparabene sind nicht drin, aber Teebaumöl. Im Moment, leider Gottes, scheine ich ein Problem mit den Garnier Mineral Deos zu haben. Ich habe ja sonst immer den Deo-Roller und das Spray. Jetzt bekomme ich davon Exceme unter den Armen. Yay! Wer braucht es nicht? Ich habe mir jetzt einen Aluminium-Stick gekauft. Also, diese, diese, ja, was ist das? Sind das auch so für ein Stein, den in den Wasser hältst, da wird der flüssig und dann schmerzt er den in die Achseln. Also, den habe ich jetzt gekauft, weil der außer diesem, ja, Schweißhemmenden keine weiteren Zusatzstoffe hat. Also, keine Duftstoffe, kein gar nichts. Und damit ist es besser geworden. Ich musste aber so, ähm, 0,5 Kortisonsalbe nehmen, um das endgültig unter den Armen wegzunehmen. Also, es ist sehr unangenehm, wenn es juckt und, ja, man sich das aufkratzt, es ist nicht schön und sieht auch scheiße aus. Ähm, deswegen habe ich die Benutzung dieser Deos jetzt erstmal nach hinten gestellt und suche da was. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also, ich habe es jetzt schon hundertmal gehört, dass, ähm, diese Wolkenseife-Deos und so weiter, soll man ja einfach am Ausbilden, habe ich ja auch gemacht. Das hat ja auch toll gerochen, das Wolkenseife-Deo, äh, in Nivea-Duft. Aber es hält mich einfach nicht geruchsfrei. Okay, so, und, ähm, ich habe allerdings auch schon gelesen, dass wenn man von Aluminiumhaltigen Deos auf nicht-aluminiumhaltigen Deos umsteigt, dass es eine ganze Weile dauern kann, bis der Körper sich daran gewöhnt. Jetzt ist meine Frage, wann zur Hölle soll ich diese Umstellung denn starten, wenn ich einfach, ja, ich transpiriere und es stinkt. Das möchte ich weder mir noch meiner Umwelt anschauen, also muss ich jetzt irgendwie eine Alternative finden. Ähm, ja, im Moment komme ich mit diesem Steak ganz gut klar, wobei, lustigerweise, der mir auch nicht so viel, äh, bringt wie das Deo. Also, ab und zu habe ich auch das Gefühl, so, riechst du jetzt echt nach Schweiß, dein Ernst? Und es war noch nicht mal heiß. Ja, also, ich finde das im Moment ein wenig schwierig, ähm, da das Richtige zu finden. Und, ähm, habe jetzt, äh, von Darf dieses Darf-Deo, was wir alle kennen, mit dem Darf-Geruch, aber ohne Alkohol und ohne Aluminium gekauft. Einfach um so ein bisschen, ja, frische Dufte in das anderen Body zu bringen für den Tag. Und, ähm, ja, ich habe noch nicht die perfekte Lösung gefunden. Ich muss mal schauen, dass, äh, ja, aber eure Tipps sind natürlich immer sehr willkommen. Nur manche kann ich einfach, äh, probiere ich zwar aus, aber da weiß ich bei den anderen Tipps, dass ich sie schon getestet habe, dass es bei mir nichts bringt. Also, äh, schwierig. Naja, weiter geht's. Dann habe ich, äh, mal wieder aufgebaut, aber muss ich neu kaufen, das Haarkraft von Tit-Desept, Zink, Biotin und Folsäure. Ähm, weil meine Haut im Übrigen gerade, wir hatten das Thema jetzt schon ein bisschen, äh, seit der Umstellung von den diversen Dingen will sie einfach nicht so richtig mit mir arbeiten. Und sie macht mich wirklich wahnsinnig. Ich habe so Pickelchen und, ähm, ja, es ist nicht schön, aber selten. Das ist wahrscheinlich auch nicht selten, aber in der Kamera sieht es sicherlich immer nicht so aus. Aber, ja, I am not very happy. Und natürlich reden wir hier, äh, hallo? Ja, zoom da ruhig mal ran, du. So, reden wir hier nicht von, äh, extremst schlimmer Akne oder sowas, um Gottes Willen. Ähm, mir ist schon bewusst, dass es da deutlich Schlimmeres gibt. Ich bin nur nicht wirklich glücklich damit. Ähm, mein Rücken sieht auch echt schlimm aus. Ja. Und, ähm, schauen wir mal, was wir da machen können. Ähm, so, habe ich gesagt, genau. Und deswegen habe ich das gekauft, weil das eigentlich immer ganz gut unterstützt hat. Und, ähm, ja, dann habe ich es eine Weile nicht genommen. Aber jetzt werde ich, äh, da nochmal wieder einsteigen. Dann haben wir natürlich mal wieder aufgebraucht Wattbettes. Das waren die von Ebelin. Dann habe ich aufgebraucht, dass überempfindlich reaktive Haut Micellenwasser Ultra von La Roche-Posay. Ähm, ich kann jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied zu meinem vorherigen normalen, normalen, ähm, Micellenwasser, äh, finden, wenn ich ehrlich bin. Von daher werde ich da einfach, äh, demnächst wieder das kaufen, weil es die größte Verpackung hat. Und, ähm, ja, also, das Normale tut es auch. Die größte Verpackung hat und den besten Preis. Darauf wird es am Ende hinauslaufen. Dann habe ich, äh, mal wieder aufgebraucht mein Naturkraft-Shampoo von CD. Ach, guck mal, da war noch eine halbe, halbe Anwendung drin. Prima. Ähm, das ist vegan. Organ, genau. Und es riecht sehr, sehr lecker und ich komme damit richtig gut klar. Es riecht wirklich gut, nicht so typisch, ähm, Bio-Shampoo-mäßig. Und hat keine Mineralöle, keine Silikone, keine Parabene, keine Farbstoffe, keine tierischen Inhaltsstoffe. Und es ist Milztensin drin. Was ich auch nicht weiß, ist, ob hier, ähm, Mikroplastik drin ist. Das ist ja momentan oder eigentlich ist es ja Gott sei Dank jetzt ein großes Thema. Aber es fällt echt schwer, also wirklich alles zu beachten, alles richtig zu machen. Dann müsste ich mich, glaube ich, kompostieren. Ich glaube, besser geht's nicht. Wobei, dann würde wahrscheinlich auch noch jemandem einfallen, dass ich vielleicht eine Plombe habe, die sich nicht, äh, auflöst. Also, puh, schwierig, schwierig, ähm, ich versuche, ich versuche da, ähm, ja, drauf zu achten. Aber manches gelingt mir einfach nicht besonders gut. Ist auch für mich nicht alltagskompatibel. Ähm, aber kleine Schritte. Ja. Gut, dann habe ich aufgebraucht hier das, äh, Rosenz Rose Water. Ich erzählte, glaube ich, schon davon, als ich es kaufte. Es ist ein hundertprozentig naturreines, pures Rosenwasser. Ich finde leider, es riecht ein bisschen muffig. Und nach Pupp. Ähm, und was mir nicht daran gefallen hat, ich habe es gut vertragen. Das war, also, keine Frage. Ähm, was mir daran nicht gefällt, in Anführungsstrichen gefällt, ist, ich kann nicht, ähm, ich kann keine reinigende Wirkung damit erzielen. Also, wenn ich jetzt mein Gesicht geschminkt habe und ich habe mich abgeschminkt am Abend und, ähm, ich gehe dann mit einem Wattepad von normalem Gesichtswasser drüber, dann wird das Wattepad nochmal schmutzig und hol so den letzten Rest raus. Das macht das nicht. Und das finde ich echt unpraktisch, ähm, weil ich dann irgendwie noch einen Schritt dazu machen muss, um meine Haut vernünftig sauber zu kriegen. Naja. Also, das werde ich vermutlich nicht nachkaufen. Und dann habe ich ein Tröpfchen aufgebraucht von Biotherm Skin Fitness Purifying and Cleansing Body Foam. Ähm, ja. Was daran jetzt im großen Body Purifying sein soll, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Aber es hat sehr gut gerochen. Allerdings würde ich es nicht kaufen. Das wird wahrscheinlich schweinerteuer sein. Dann mein geliebtes Batiste Sofortfrische Trocken Shampoo Original aufgebraucht. Die zweite Dose ist auch schon fast wieder leer. Ich muss zum Douglas, weil diese Variante finde ich weder bei DM, noch bei Müller, noch bei Rossmann. Und was ich sehr, sehr schade finde. Wobei in Großstädten ich auch das Original schon außerhalb von Douglas gefunden habe. Aber in meiner kleinen Kackstadt ist das nicht so. Dann habe ich aufgebraucht eine, juhu, was bei mir sehr selten vorkommt, eine Body Cream von Rituals Indian Rose Himalaya Honey. Ach, ich dufte, ich habe die Seife übrigens umgetauscht bekommen. War gar kein Problem. Ich liebe diesen Duft sehr. Und diese Body Creams von Rituals halten auch echt lange, lange den Duft am Körper. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Entweder war es mal ein Geschenk oder eine Probe, aber immer wieder gerne. Dann habe ich das Aufbaushampoo von CD Naturkraft benutzt. Das auch sehr gut riecht. Also ich finde, es riecht super reichhaltig und so fühlt sich das auch an. Also ich kann mich jetzt nicht unterentscheiden davon. Da kaufe ich wirklich, worauf ich gerade Lust habe. Also, ja. Dann, es tut mir leid, meine Nase, ich habe keine Erkältung, kaufe ich. Es ist Allergie. Hier fliegt alles rum. Vom Staub und sonstigen mal ganz abgesehen. Ich kriege einfach bis zur Hälfte des Tages keine freie Nase. Das Ritual of Dao mit Lotus, weißem Lotus und Jiji Ren, was auch immer das ist. Ist einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Es sollte euch mittlerweile hier aufgefallen sein. Ich liebe, 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 liebe es. Das war jetzt das Duschöl. Duschöl finde ich ja, dass die besser sind als die Duschschäume, Schaume, Schaums, Foaming-Dinger. Aber die kippen schneller im Duft. Also, wenn man eins hat, sollte man das auch relativ schnell aufbrauchen, weil dieses Öl, wenn das in der warmen Dusche steht, tatsächlich schneller kippt vom Duft her. Das ist ein bisschen schade. Dann hier, äh, ich hatte das Thema ja schon mal mit euch. Mascara. Warum zur verschießenden Hölle kaufe ich immer wieder neue? Warum? Wieso mache ich das? Hallo, tock, tock, aufwachen! Ähm, ich habe meine zwei Lieblingskombinationen gefunden. Es ist die, ähm, L'Oreal Schmetterling Fatal Dings Rot-Silber-Weiß, die auch, was ihr heißt, und die Voluminous von L'Oreal. Ähm, und die Kombination ist der Burner. Warum kaufe ich immer wieder neue, die mich dann jedes Mal den letzten Nerv kostet? Die bringen mir einfach nichts. Die sind schlecht. Für mich sind die schlecht. Es gibt Leute, die kommen mit denen wahnsinnig gut zurecht. Sollte sie auch in Wasser festgeben. Ich werde es hoffentlich nicht wieder kaufen. Hoffentlich, siehste? Hoffentlich. In Wasser fest gibt es die jetzt auch. Ich will es eigentlich nicht kaufen. Dann zweimal totes Meer Maske von Shabins. Äh, meine allerliebste. Ähm, dann mal wieder ein Pröbchen von der Estee Lauder Double Wear Light. Ähm, ich liebe ja, ich habe mir ja zweimal, ähm, die normale Double Wear gekauft. In zwei verschiedenen Farben. Die waren super günstig. Und, ne, damit ich eine dann auch im Sommer benutzen kann, gesichert sie. Ich werde mal braun und nicht gelb. Ähm, und ich finde es so, so schade, dass es die in Deutschland nicht mehr gibt. Die ist richtig, richtig toll. Ja, egal. Dann habe ich ein Rückenfit von Dresdner Essence aufgebraucht. Ich glaube, das war ein PR-Sample. Oh, ja, das gehört zu den neuen Düften. Boah, riecht das lecker. Arnica und Myrte. Hammer. Ich liebe ja, ich liebe ja diese, ähm, Kräuterdüfte von Dresdner Essence. Auch von den anderen Marken. Aber, ja, das war in meinem PR-Sample-Paket da drin. Und ich, ach, Leute. Hammergeil. Sowas muss in den Garten gepflanzt werden. So. Dann. Warum bist du denn hier drin? Bin ich bescheuert? Hab ich, ich glaube, ich weigere mich, das aufzubrauchen. Wieso bist du hier drin? Das ist noch gar nicht leer. Aber das XX Verulium ist ein bisschen wie Kleber. Also, das werde ich definitiv auch nicht nachkaufen. Das ist okay. Aber, hm. Das belebende Reinigungsgel von Lavera. Für Mischhaut und unreine Haut. So ein, ja, das roch ein bisschen typisch Naturkosmetik mäßig. War okay. Würde ich grundsätzlich auch nachkaufen. Hat mir bisher aber noch nicht das gebracht. was ich gerne hätte. Und da ich jetzt gerade mal wieder ein bisschen vor mich hin teste, grabe ich das erstmal nicht nach. Aber war gut. Die 3 in 1 Masken Geschichte zum Beispiel, die finde ich super. Dann habe ich ein Doppelpröbchen aufgebraucht. Und ich glaube, davon habe ich auch ein Parfum gekauft. Das gab es damals 15 Euro bei Douglas. Das Viva La Juicy Couture. Ich meine, das habe ich gekauft. Und das La Fleur habe ich jetzt dem letztens leer gemacht. Und jetzt habe ich die andere Probe auch leer gemacht. Also das ist so richtig schönes, furchtbares Kaugummi-Parfum. Und irgendwie doch wieder cool. Also, ich habe eins davon. Großes. Aber es ist schon selten. Dann die Dusch- und Waschlotion Heilerde Blablups. War eine Probe in meinem Adventskalender. Ja, oder? Ich glaube, ja. Ja, war okay. Ist echt bräunlich. Sieht auch... Riecht auch nicht gut. Muss man einfach mal so sagen. Jetzt riecht ein bisschen wie abgestanden. Aber, äh, ja. Hat so den einen oder anderen Tag mit dem Eczem unter dem Arm echt ganz gut, äh, gut geholfen. Ähm, ja. Aber würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht in groß kaufen. Da bin ich doch zu der, zu der Luft-Junkie. Dann haben wir hier eine Kräuter der Provence reine Pflanzenölseife-Verpackung. Ähm, von Müller. Aber, das kann ich leider nicht besonders gut riechen. Meine Nase ist zu. Ähm, ist glaube ich noch drin. Ja, die riecht, die riecht ganz gut. Die, da ist noch der Rest, der jetzt, äh, aufgeseift werden muss. Dann der Nagellackentferner von Rossmann mit dem Pumpspender. Ist regelmäßig im Angebot von 9 Cent. Kaufe ich immer wieder. Ist der Beste. Ist wirklich der Beste Nagellackentferner. Dann, Zahnpasta, Emix und Aronal. Ach, hier, genau. Hier ist das zweite Fläschchen. Von dem Juicy La Couture La Viva La Fleur, was auch immer. Viva La Fleur. Ähm, dann eine Real Technics, Technics, Real Technics-Verpackung von diesem Orangenschwämmchen, das ich umtauschen durfte, weil es nach dem, also ich, eins war aufgebraucht und musste weg. Dann habe ich ein neues gekauft, das hatte einen Riss und dann habe ich es umgetauscht und einen neuen bekommen. Der ist aber noch in Benutzung und hier ist er auch. Ähm, das ist jetzt aber der, der alte. Ja, der erste, den ich hatte, der sich da so ein bisschen auflöste und auch, ich glaube, an den Seiten war er auch schon ein bisschen hinüber. Aber, ja, hätte man wahrscheinlich noch weiter nutzen können. Aber manchmal muss man Dinge auch einfach mal austauschen, nech? Dann habe ich benutzt das Warnigen Dingsbums Pröbchen hier. Eine Creme. Der Duft ist ganz nett. Und es hat sich auch gut angefühlt. Kann ich mir schon vorstellen, dass das nett ist auf der Arm. Ja, auf der Arm. Auf der Haut. Aber, ja, würde ich jetzt nicht zwingend unbedingt kaufen. Also, da gibt es bestimmt auch noch andere. Und von den ganzen Cremes, die ich noch aufgebrauchen muss, mal ganz zu schweigen. Dann sind hier nochmal zwei Deo-Varianten. Hier, ne, das Garnier Minerals Clean Sensation und hier den Deo-Roller dazu. Wie gesagt, ich habe noch zwei. Jeweils eins davon im Schrank stehen, was ich aber im Moment nicht benutze. Erklärt habe ich euch ja auch, warum. Sag mal. Ach, ich gebe es echt auf. Okay. Ich habe hier ein Nagellack drin. Ja. Topless and Barefoot von Essie. Einer meiner aller, 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 allerersten. Auch mit einem... Da gab es mal einen Ausverkauf bei irgendeiner... Bei irgendeiner Firma. Und da haben wir dann ein paar bestellt. Und der war auch mit anderem dabei. Es ist ein toller Newtune. Wahrscheinlich werde ich ihn irgendwann nochmal nachkaufen. Aber es macht keinen Spaß mehr, den zu lackieren. Es ist so ein... Der zieht so Fäden. Aber ich habe total süß. Bin ein bisschen froh, dass ich mich entschieden habe, den wegzutun. Den leer zu machen. Ich weiß noch nicht genau wie. Und das dann als kleine Vasen zu benutzen. Ich habe das auf Instagram gesehen. Wie süß ist das denn? Und dann habe ich dann irgendwann kleine Essies. Und kleine OP-Eyes. Und dann mache ich da Vasen draus. Der Burner. Wahrscheinlich bin ich die Einzige, die es toll findet. Aber ich fand es total süß. Die beiden haben es jetzt auch mal wieder geschafft, nur bis zur Hälfte aufgebraucht zu werden. Das regt mich auch ein bisschen auf. Davon habe ich schon noch einen zweiten. Das ist ein toller Überlack. Ein schnelltrockener Überlack. Den habe ich im Internet bestellt. Davon schwärmen die ein oder anderen amerikanischen YouTuber. Das ist wirklich toll. Sehr schweet ist auch sicherlich toll. Aber es wird dann so dickflüssig. Der Glanz, von dem ist Wahnsinn. Der stinkt unfassbar. Aber man kann ihn dann nach der Hälfte nicht mehr lackieren, weil er so dickflüssig wird. Bläschen und etc. zieht. Und deswegen, die werde ich dann irgendwie auslernen und als kleine Fläche benutzen. Ich ärgere mich nur. Ich weiß, dass ich noch einen, ich glaube, einen OPI und einen China Glaze Lack aussortiert habe und die tatsächlich weggeschmissen habe. Weil ich nicht auf die gute Idee gekommen bin, die für irgendwas anderes zu benutzen. Man kann nicht alles horten. Und dann kommen wir wieder zum Thema, was mich komplett wahnsinnig macht. Der anstehende Umzug. Und das damit verbundene Aussortieren. Und ich brauche, glaube ich, eine Therapiegruppe. Ja. Aber es ist total süß, wie viele tolle, tolle, tolle Tipps ihr mir gegeben habt unter meinem Schrank. Bild auf Instagram. Und ich habe auch aussortiert. Ich habe die Sachen in die Kleiderspende gegeben. Und ich werde auch, wenn wir dann soweit sind und immer mehr zusammenpacken können, ich wollte mit den DVDs anfangen, definitiv auch Sachen verschenken und so. Aber ja, die Aufgabe hinter mich zu bringen, das ist, glaube ich, das größte Problem im Moment. Ja. Nochmal ein Pröbchen von der Estee Lauder Double Wear Light. Ich möchte sie gerne haben in groß. Wann auch? Muss ich in Holland nochmal gucken, ob ich da irgendwie mit zurechtkomme. Dann habe ich etwas aufgebraucht. Leute. Sun Club Essence. Wie alt ist diese LE? Bitte. Ich habe auch noch den Bronzer. Ich möchte nur drüber sprechen. Wie alt ist diese... Ja. LE. Ich habe jetzt das letzte von den Dingern aufgebraucht und war gestern bei Müller. Und es gibt eine neue... Es gab ja jedes Jahr eine Sommer-LE. Aber jetzt, nach wie vielen Jahren? Ich weiß es nicht. Habe ich eine neue kaufen können. Und dachte ich jetzt, eigentlich aus Witz und Dollerei muss jetzt auch die neue Sommer-LE Oil Control Paper Dinger mitnehmen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Weil von der Verpackung und so, super praktisch 50 Stück drin, können nicht mit den Shiseido Dingern mithalten. kosten aber nur einen Bruchteil davon. Und für unterwegs ab und zu mal so ein Blatt Papier. Nostalgie und so. Dann natürlich einer meiner liebsten Sachen. All-Time Favorites. Ein BB Young Care Klassik-Lippenpflegestift. Ist aufgebraucht. Die Waschmaschine redet auch schon wieder mit mir. Dann etwas, was ich jetzt dann auch endlich entsorge. Hier ist noch was drin, aber jetzt wird es wirklich mehr als pastös. Die Resten, da kriege ich nicht mehr raus. Die Urban Decay Eyeshadow Primer Potion in der Farbe Eden. Ich muss es mir unbedingt merken, dass es Eden ist, damit ich die dann irgendwann mal nachkaufe. Ich mache mal schnell ein Foto. Genau. Die ist wirklich wahnsinnig toll. Von der Farbe auf jeden Fall auch. Die färbt nämlich den Untergrund, den Liduntergrund ein mit so einer Concealer-Farbe im Grunde. Und die muss ich unbedingt, unbedingt, unbedingt nachkaufen, wann auch immer das jemals passieren wird. Dann The Ritual of Ayurveda. Das ist die neue Variante, also die neue Verpackungsvariante. War auch ein Prüppchen-Untergeschenk. Riecht einfach toll. Also diese Duftvariante und die grüne, die Hamam und die pinke, die finde ich einfach wahnsinnig toll. Dann habe ich aufgebraucht den Unjardin sur le Nil ou de Toilette Hermès Parfum. Ja, hat sehr, sehr gut gerochen, aber kaum gehalten auf der Haut. Also ne, dann schon mal etwas, was ich nicht dringend kaufen muss. Ein Löscher ist leer gegangen. Mein Lieblings, 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 Lieblings Concealer in der Farbe 03 Fair. Dann werde ich jetzt entsorgen einen Brow Wachsstift. Der war, glaube ich, mal in einer Glossy Box drin oder so. Ich möchte nicht drüber sprechen. Dann etwas, was ich wirklich super, super schade finde, den L'Oreal Nude Magique BB Powder. Quatsch. Der ist leer gegangen in der Farbe, ich glaube, heller Hauttyp, genau. Davon habe ich sehr, boah, einige, einige Puder aufgebraucht. Gibt's leider nicht mehr. Dafür haben wir jetzt dieses stinkende, glitzernde Zeugs. Ja, werde ich auch noch aufbrauchen. Finde ich furchtbar. Denn Essence Blush Ball in der Farbe Cinnamon Candy als Dupe zum Rockateur. Ist als Swatch auf dem Arm auch echt schön. Man kriegt die Farbe nur nicht ins Gesicht. Deswegen kommt das Ding jetzt weg. Der Gratis Blush bei Dreamy Bouncy Blush in der Farbe 20 Peach Satin. Also Bouncy, weil du kannst ihn so eindötschen. Es ist ein Cremeprodukt quasi und ja, die Farbe ist natürlich cool. Aber auch das, ich komme damit einfach nicht klar und kommt jetzt weg. Ich muss es loswerden. Weg, 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 weg. Dann aufgebraucht den P2 Colors in Motion Emotional Blush Wie alt ist diese LE bitte? 010 Heartbreaking Apricot für mich der schönste Blush aller Zeiten und ich habe ihn bei Kleiderkreisel neu gekauft. Ich konnte ohne ihn nicht leben. Ja, er ist alt, auch der von Kleiderkreisel ist alt. Ist mir wirklich egal. Das ist die schönste Farbe der Welt. Ich möchte ohne diesen Blush nicht sein. So, dann ja, hallo, das Mattifying Saphir Compact Powder von P2 ist aufgebraucht in der Farbe 020 Sand hat man mir geschenkt zum quasi aufbrauchen war jetzt nicht so ein geiles Puder, muss man mal sagen. Also ist echt nicht dein Geld nicht wert gewesen in der LE. dann eine Veleda Cremedusche Mandel die war auch in meinem Adventskalender drin. Ja, ist ganz nett. Ist jetzt aber auch nicht mein Lieblingsduft muss man mal so dazu sagen. Hat so einen Hauch von Marzipan. Ja, aber wer es mag wird sich daran sicherlich erfreuen. Ich gehöre nicht dazu. Nicht zu den Personen die sich darüber freuen. Was ist das denn? Was man hier so findet und was man dabei nicht vor fehlt. Dann habe ich ein Maxi Pad Supersoft Gedöns aufgebraucht mit dem kleinen Faultier drauf. Ja, es sind halt einfach große Wattepads und es war ein Faultier drauf. Ich glaube, hier war doch das Weihnachtslava irgendwo rumliegen. Nochmal eine Totes Meer Maske von Shavans. Ein weiterer Wachspinsel. Die Joey hatte mir Wachspinsel Wachsstift. Für die Augenbrauen hatte Joey mir damals noch geschenkt. Sie es nicht benutzt hat. Ich bin jetzt auch durch damit. Dann einen, den ich leider nicht aufbrauchen kann. Den Lavello Olive und Olive und Lemon. Kriege ich schweren Husten von. Also riecht ganz gut, aber mit der Zeit, da wird mir nicht gut von. Dann ein Cute as Hell Essence Face and Body Tattoo Stamp Stift. gibt es jetzt ja auch von diversen Marken. Ich glaube Manhattan hat es auch gerade rausgebracht. Also es funktioniert noch, aber ich würde mal sagen es reicht. Woody, es reicht. Den Rapid Lash Eyelashing Enhancing Serum der ist alle. Den durfte ich auch mal ist auch ein PR Sample, habe ich mal zum Testen bekommen. Ich würde sagen, es hat auch ganz gut geholfen. Aber sobald man es absetzt, ich habe es in erster Linie auch für die Augenbrauen Varianten genommen und ich meine mir eingebildet zu haben, dass es hier vorne ein bisschen besser wird. Aber ja, sobald man es absetzt, dann ich bin jetzt gerade dabei, dieses Alverde Zeugs zu testen. Das vertrage ich auf den Augen übrigens null. Da habe ich am nächsten Tag so klüsen, wie man am Niederrein sagt, also geschwollen und zugeklebt. Ich vertrage es scheinbar nicht. Aber in den Augenbrauen werde ich es noch ein bisschen weiter testen. Dann haben wir einen Pinsel, der jetzt auch in die Tonne geht und zwar den Sigma Pinsel aus der Paris Collection, den Large Angle Contour F40 von der Variante, also der abgeschrägten Geschichte, der Fluffigkeit und so weiter ist der klasse. Aber seit ich den habe und das ist jetzt lange, einige Jahre, stinkt der nach Ziegenpopo. Also wie Ziege halt. Ich habe ihn 400 Mal gewaschen, locker. Er stinkt einfach immer noch. Es ist natürlich ein echter Pinsel und jetzt so mittlerweile pröggelt mir ein ums andere Mal das Haar entgegen. Ich werde ihn jetzt einfach entsorgen. Es ist ja auch irgendwann ist mal gut und Synthetikpinsel würde ich dann bevorzugen aus diversen Gründen. Dann gibt es einen Essence Liquid Ink Eyeliner in der Farbe Schieß mich tot. Steht hier nicht drauf. Gebt nicht. Irgendwas Silbernes. Keine Ahnung. Aus der The Darks Collection war so ein Silber. Weiß ich nicht was. Hat sich abgesetzt. Lässt sich nicht mehr miteinander kombinieren. Benutze ich quasi gar nicht. Bis selten. Und das möchte ich mir auch nicht mehr auf die Augen schmieren. Selbst wenn es mich mal überkommt. Bam. Fertig. Die äh ja. Die Sache ist durch. Wir haben es geschafft. Halbe Stunde. Alte Frau muss ich schon ein bisschen setzen. Ja. Das sind jetzt so die aufgebrauchten Sachen. Und ähm ansonsten Baustelle läuft noch immer weiter. Wunderbar. Der Klinker ist dran. Die Verfugung soll passieren. Ähm wahrscheinlich in der nächsten Woche. Aber es ist jetzt auch wieder Feiertag. Es wird sich wahrscheinlich wieder verschieben. ähm 21. Sollen die Fenster kommen. Wobei das Pfingstmontag. Ich glaube sie kommen nicht. Am Pfingstmontag. Ähm ja und dann soll das alles weiter schön vor sich hin wachsen. Der Träuskin. In der Innengeschichte sind sie jetzt auch dran. Also verlegen gerade irgendwelche Leitschwerter für die Heizung. Ich glaube. Ja ich habe keine Ahnung. Also ich komme da manchmal auf die Baustelle. Denke. Ja. Schön. Was machen die hier? Warum erklärt mir das keiner? Habe ich zu wenig nachgefragt. Vermutlich. Auch möglich. Habe ich schon wieder vergessen. Egal. Also bin da ganz zuversichtlich, dass die Jungs und Mädels das da gut hinkriegen. Habe ich da schon mal Mädels gesehen? Nein ich glaube es sind bisher nur Jungs. Ähm. Aber ja. Fenster sind ausgesucht. Ähm. Küche ist bestellt. Wenn alles klappt. Rede ich mal ganz vorsichtig von August. 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 Könnte es soweit sein. August. Aber ich weiß es nicht. Mal schauen. Ähm. War hier so vorsichtiges Datum. August. Und ähm. Ja es wäre klasse wenn das so passieren würde mit den Sommerferien und so. Das wäre schon mega. Aber wir können es natürlich nicht beeinflussen. Wenn irgendwas nicht so läuft wie es laufen soll. Dann ist es so. Ne. Gut. Ich glaube ich packe noch ein paar DVDs bei 30 Grad. Mal gucken. Und wünsche euch einfach einen ganz ganz tollen Tag. Ach ja. Am 9.05. Um 21 Uhr ist The Woody im Fernsehen. Im Haushaltscheck. Aber da gibt es noch mal eine extra Info für euch. Und ähm. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Schönes Wochenende. Und ich hoffe wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ciao!